Die erste Trainingswoche des Getting Older, Getting Faster Projekts ist rum. Vier Einheiten standen auf dem Plan, einmal ganz locker. Einmal Intervalle, ein längerer Lauf und ein Lauf mit Strides. Es lief alles nach Plan, die Form hat sich im Laufe der Woche eindeutig verbessert und selbst der längere Lauf gestern, vor dem ich ein bisschen Sorge hatte, hat mir keine Mühe bereitet. Ich vermute, dass mir um den Jahreswechsel doch irgendwas in den Knochen steckte und dass ich jetzt hoffentlich damit durch bin. Mein Rücken, ebenfalls ein Problemfeld der letzten Wochen, ist auch kurz vor normal. Das tägliche Mobilisieren und Stretchen hilft. Hinzu kam, dass ich weniger am Schreibtisch gesessen habe. Das ist ein großer Vorteil, wenn man frei hält. Nächste Woche wird alles leicht intensiviert, aber im Großen und Ganzen sieht das ähnlich aus wie in dieser Woche. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der Körper auf die größeren Umfänge speziell im Vergleich zum Dezember reagiert. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, mach Anthropice house.